ja liebe vogelfreunde heute sitzt hier der eisvogel auf dem stein und ich kann hier durch den spalt am fenster relativ unbemerkt mal den vogel filmen also da ist jetzt hier eigentlich jeden tag zu gange und das ist ein gutes zeichen dass es im wasser und im bach gesündes leben gibt bleibt nur zu hoffen dass es so bleibt so so Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020